Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Hübi Und das ist jetzt zum einen ein Danke-Video und zum einen ein Info-Video Aber erstmal das Danke sagen Ich bin total hin und weg Leute, dieser Kanalwechsel, ich hatte ja echt Angst davor Und jetzt sind wir hier, neu auf HübiLP, 14 Abonnenten Und ihr seid so aktiv und es macht mir so viel Spaß Ich mein, es ist einfach, man sieht es eigentlich schon hier Ich mein, schau mal, wir sind 14 Abonnenten Und diese ganzen Lego City Undercover Parts zum Beispiel Der neueste hat zum Beispiel 16 Dann hier der 3, 23, 21, 36 Das sind alles viel mehr Das heißt, auf jeden Fall eigentlich so gut, jeder von euch schaut meine Videos Auch bei Zelda sind wir ganz gut dabei Auch hier, New Super Mario Bros. Wii Hat eigentlich auch schon, äh, eigentlich wieder sehr viele Aufrufe Und dafür, dass nicht so wenig Abonnenten sind, seid ihr so aktiv Und ihr, ähm, ihr liked auch sehr viel Also so vier Likes pro Video sind eigentlich schon fast schon Standard Was mich ultra wegblickt, weil Likes sind ja wirklich mal sowas, wo, ja, ich sag mal Viele nicht dran denken oder, aber ihr seid so aktiv Und es macht mir grad so viel Spaß auf diesem Kanal Ähm, und ihr seid so interaktiv, ihr helft mir Und da wollte ich einfach mal großes Danke sagen, dass ihr diesen Kanalwechsel mir so erleichtert habt Und das, ich kann nur sagen, es ist die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können Ich hab wieder so viel Spaß an YouTube Ähm, es war einfach nur die richtige Entscheidung Sogar bei meinem Gewerb, Gewerbung, ja Sogar bei meinem Bewerbungsgespräch, ja Da hat dann der, der, dieser Personalleiter gesagt Hey, ähm, schick mir nochmal ein paar Referenzen bitte Also, weil ich gesagt hab, was ich Photoshop und so ganz gerne mach Hab ich ihm auch einen Link von meinem YouTube-Kanal geschickt Und dann ruft er mich halt ein paar Tage später an Ähm, ja, bla 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 Und ich hab auch auf deinem YouTube-Kanal Du hab mir drei, vier deine Videos angeschaut Die haben mir sehr gut gefallen Das hat mich so gefreut Der Kanal ist so eine geile Sache Ähm, und es macht einfach so viel Spaß Ich merk grad, da unten Noch gar nicht die Super Mario Bros. Weplay Kommt gleich noch rein, keine Sorge Ähm, und jetzt kommen wir noch kurz zum kurzen Info-Part Ähm, ich wollt euch nur kurz sagen Dass zum einen der Kanal-Info Hier auf meinem Kanal Ähm, habt ihr jetzt einen Upload-Plan, ja Hab ich hier hingeschrieben Heute, ich nehm das Ganze am 14.3. auf Ähm, hier Tag habt ihr Samstag Also heute ist es Ocarina of Time Part 4 kam schon Der Morgen Lego City Montag New Super Mario Bros. We Ähm, ich hab auch grad sehr, sehr viele auf Vorrat Es kann auch mal sein, dass ich mal zwei Videos am Tag hochlade Aber das steht ja alles in der Kanal-Info Ähm, und das Zweite, was ich euch so Was ich euch sagen will, ist, wenn ihr auf meinen Kanal geht Dann hier oben auf Projektliste drückt Kommt ihr hier, ähm, in eine Google-Tabelle Wo, ähm, wenn das alles fertig geladen hat Äh, hier Habt ihr, äh, sozusagen meine Projekte Laufende Projekte ist hier markiert Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auch immer zur passenden Playlist Ähm, und hier die Nummer Das System seht ihr alles, wie viele Parts es hat Wenn ich irgendwann mal fertig bin Ganz geschadet sind die Metascore auch noch Ocarina of Time hat einfach 99% Das ist krass Ähm, das ist eigentlich ein fast perfektes Spiel Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt Wie gesagt, ich spiele da blind Und dann kommen hier halt auch die abgeschlossenen Projekte rein Und falls ich welche abbrechen sollte Habe ich eigentlich nicht vor Weil ich finde, Projekte abbrechen ist immer sehr schade Ich hoffe, die Liste bleibt lange leer Ähm, auf jeden Fall wollte ich euch noch sagen, dass ihr hier noch eine Projektliste habt Ähm, möglicherweise kann ich hier auch noch eine Kategorie machen Irgendwie so Wunschprojekte oder Projekte, die auf jeden Fall noch kommen Wenn ihr sagt, hey, das Projekt will ich auf jeden Fall haben, das du spielst Dann kann ich das da mal reinschreiben Und dann wird es bestimmt irgendwann kommen Bin ich mir sicher Ähm, die beiden Infos wollte ich euch nur geben Also, wir haben jetzt einen Uploadplan unter Kanalinfo Und eine Projektliste, wenn ihr hier oben auf den entsprechenden Link drückt Also nochmal danke, ihr seid eine geile Community Es macht mir mega Spaß Und ich denke, wir werden auch in Zukunft noch viel erreichen Also dann, haut rein!